Musik Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part, oh Gott, von Let's Kabel richten. Oh, Mensch. Ja, ähm, genau, wir waren ja hier stehen geblieben und müssen jetzt weiter zu dem Boss. Okay. Ein blauer Clown, oh mein Gott, da ist noch einer. Ein roter Clown, oh, ey, was? Du wirst mir nicht vorbeikommen. Äh, ich will aber an dir vorbeikommen. Ich frage mich, ob du in der Lage bist, mich zu besiegen. Ähm, bestimmt. Zack, zack. Es ist ein Feuerclown, glaube ich, also macht Atlantis ziemlich viel Sinn und, äh, normaler Angriff. Aquata, okay, es ist, glaube ich, doch kein Feuerclown. Mal sehen, ob Atlantis ziemlich was macht. Ja, gut, 103 Damage ist ganz okay auf jeden Fall. Mal sehen, was Gaian Damage drückt. 163, okay, das ist noch besser. Fumi-Schlag, schön. Und Seelan, 12. Wow. Ähm, ja, lassen wir das mal so. Dann hauen wir einen Donnerschlag auf den normalen Angriff und einen Kälteschock. Auch wenn der Kälteschock, glaube ich, wirklich echt nichts bringen sollte. Und wie die Sprites gerade alle verschwunden sind. Mann, Alter, mein Headset-Kabel ist echt... Scheiße. Donnerschlag. Okay. Donnerschlag hat was ge... Oh mein Gott. Ja, der Kampf sieht eigentlich im Moment ziemlich easy aus. Ähm, also von daher... Es müsste kein Problem sein. Wir setzen einmal stark auf alle. Ah, ich hoffe, Seeland ist jetzt nicht besiegt. Das wäre echt ein Nachteil. 28. Oh! Holy shit. Das war... Knapp. Fumi-Schlag. 65. Gaia zieht 174... Okay, er ist besiegt. Nice. 1000 Goldmünzen. Der ist besiegt. Oder auch nicht. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich hab dich doch besiegt. Haha, du bist nicht stark genug, um mich zu besiegen. Ha, verschwinde. Ähm. Okay. WTF? Okay. Das ist jetzt verwirrend. Vielleicht müssen wir erst den blauen Clown besiegen. Das könnte natürlich sein. Dann besiegen wir mal erst dich. Ich frage mich, ob du in der Lage bist, mich zu besiegen. Ähm, sicherlich. Wir haben den Freund eben auch besiegt. Also von daher wird das hier auch kein Ding sein. Hier könnte sogar vielleicht Kälteschock was Gutes... Okay, vielleicht auch nicht. Aber Atlantis müsste hier viel... What? ...ausrichten können. 68 Damage. Naja, okay. Dann hier. 52. Holy. 82. Okay. Und Kälteschock zieht. Oh. 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 Alter. Okay, das ist schönes Damage gerade gewesen. Heiliger. Blitz, okay. Aber er macht doch schon ganz schön viel Damage mit seinem Glutball. Alter, ey. Das war gerade richtig schönes Damage. Von Selan. Ich habe auch das Gefühl, ich haue hier die ganze Zeit voll gegen das Mikro, ey. Oh, Mann. Äh, dann ziehen wir mal... Naja, komm, nee. Ziehen wir hier nichts an Superkräften oder so. Nochmal einmal das und so. Ah, ha, ha, ha. Selan. Du kannst einfach nichts aushalten, du. Das ist echt schlecht. Ein bisschen. Alter. Aber Selan hat echt Super Damage gedrückt. Oder drückt allgemein halt Super Damage. Das ist echt krass. Äh, stark auf Selan, bitte. Und dann zieht sie nochmal... Alter. Okay. Selan ist echt ein bisschen amarsch, würde ich sagen. Heiliger Scheiße. Kopfnuss. Was? Was? Alter. Aber der Kälteschock müsste den Rest geben. Ja, nice. Okay, dann müsste das jetzt eigentlich das Rätsellösungs gewesen sein. Oder auch nicht. Nein, das kann nicht sein. Ich hab dich doch besiegt. Ah, ha, ha, ha. Du bist nicht stark genug, ob ich zu besiegen verschwinde. Ähm. Okay, Moment. Ich geh nochmal kurz. Speichern. Und mich saven. Äh, mich heilen und so. Hä? Alter. Was ist das? Joki, warte mal kurz. Für diesen Monster stimmt etwas nicht. Äh, ist dir irgendwas aufgefallen? Es ist doch seltsam, dass die beiden wie Zwillinge aussehen und auch immer das gleiche sagen. Es könnte sein... Was könnte sein? Es könnte sein, dass es... Dass es nur ein Monster ist, das sich teilt. Wenn das so ist, dann ist es sinnlos, immer nur eines zu bekämpfen. Du meinst, wir müssen beide auf einmal ergreifen? Ja. Ja. Na, dann müssen wir uns in zwei Gruppen aufteilen. Ich schaffe das auch alleine. Das glaube ich nicht. Eigentlich sollten meine Soldaten diese Sache regeln. Es ist mir fast feinlich, euch um Hilfe zu bitten. Selan, wir arbeiten doch zusammen. Betrachtest du uns immer noch als Fremde? Hm, naja. Ich gebe zu, du bist stark. Aber ich kann nicht zulassen, dass du alleine gegen die Monster kämpfst. Hä? Guy? Jawohl, ich kämpfe an ihrer Seite. Ist das in Ordnung, Selan? Gut, du hast gewonnen. Okay, nice. Nein, sag jetzt nicht, Selan geht auf die andere Seite. Verdammt. Also gut, Jungs. Also gut, bis später dann, Jungs. Ich zähle auf dich, Guy. Da liegst du goldrichtig. Nein, Selan, nein. Du gibst schon immer niemals auf, oder? Ja, diesmal meint ich es jetzt. Mann, scheiße. Selan wäre super gegen den Typen hier. Fuck. Das kann nicht sein. Blutball auf. Tier auch noch. Oh nein. 27, das ist gut. Ich habe mehr damage erwartet irgendwie. Was? Okay, shit. Haben wir irgendwie... Haben wir eine Wumme? Boomerang. Wumme haben wir nicht, ne? Nein, scheiße. Mal sehen, wie viel Boomerang an Damage macht und Atlantis. Scheiße, Alter. Scheiße. Zweiha. Okay. Das kann nicht sein, dass es die ganze Zeit watzt, oder? Was? Warum? Shit. Das ist krass. Okay, erwartet ab immerhin etwas Gutes. Alter. Ich hoffe, der normale Angriff von ihm watzt nicht. Aber immerhin macht Fumi ein bisschen Damage. Okay, erwartet nochmal ab. Das ist schön. Der normale Angriff trifft natürlich. Das macht total Sinn. Haben wir irgendeinen Zauber? Ich meine ja Atlantis. Was? Wer hat einen Schock. Ich versuche mal einen Schock. Mal sehen. 30 Damage. Ja, ist okay. Aber was sollte ich... Nicht mit Tia machen. Watzt echt? Alter. Doki ist so total nutzlos gegen das Viech. Kann er? Ja, kann sie nicht. Scheiße. Nein, Tia ist nicht echt besiegt, oder? Fuck. Okay. Okay. Fumi macht den Rest. Komm. Easy. Wir haben ja Heiltränke gekauft, ne? Heilsirup, Heiltrank. Oh, immerhin. Oh Mann, ey. Scheiße. Alter Schwede. Fumi-Schlag. 69 Damage ist okay, auf jeden Fall. Fuck. Das ist krass. 30 Damage an Tia ist okay. Als Doki stirbt, das... Denke ich schon gar nicht. Ich denke eher halt, dass Tia so am Arsch ist. Auf Doki, gut. Okay. Vielleicht könnte Doki doch sterben. Shit. Und Fumi ist auch abgehauen. Äh, habe ich hier irgendwie Tempo, Kraft, so Paralyse? Nein. Äh, stark bitte. Und normalen Angriff. 42 Damage an Tia. Nice. Wow. Oh, schön. Okay, wir haben ihn besiegt und Doki und Tia sind Level aufgestiegen. Und jetzt kommt der Kampf gegen die beiden Feuerwelle. Ich versuche mal eine Feuerwelle. Äh, ups. Feuerwelle und was hat Selan denn so... Vielleicht klappt ja ein Schock. Mal sehen. Okay. Kopflusses... Was? Ha. Oh, okay. Okay. Ich glaube, ich setze Funke ein. Okay, Schock ist auch nicht schlecht. Halt die Schnauze, ey. Holy shit. Äh, sta... Stark? Nein. Nein, Seeland ist besiegt, oder? Ha. Äh, ho. Ha, 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 ha. Jo, Selan, gönn dir einfach. Ist okay. Kann man mal machen, ne? Heide, scheiße, ey. Äh, Selan, macht mal ein... Vielleicht klappt ja der Kältischock. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob ich das davor einmal ausprobiert... Äh, blablabla... Probiert habe. Aber... Wir versuchen es mal. Ja, ich denke nicht, oder? Na, was? Okay. Einmal so und einmal bitte nochmal stark auf beide so. Heilige Scheiße. Kopfnuss. Ja. Nice. Und... Okay, das war ein schneller Kampf. Das war echt ein schneller Kampf. Ah, das kann nicht wahr sein. Ähm... Nice. Na, Selan, du hattest recht. Aber wie konntest du das wissen? Ich hörte eine Sage über ein Monster, das ich teilen kann. Diese Monst... Dieses Monster... Kann sich immer wieder regenerieren, solange die andere Hälfte lebt. Man sagt, der einzige Weg, das Monster zu besiegen, ist beide Hälften auf einmal zu schlagen. Tatsächlich? Oh, ich habe... Sowas noch niemals zuvor gehört. Ich kämpfe schon lange. Äh, kämpfe schon, solange ich mich erinnern kann. Ich kenne viele solche Sachen. Gut, auf geht's. Das Dekoswert müsste hinter dieser Tür sein. Okay, nice. Na, Tia. Mir geht es gut. Ich denke nicht daran, schon aufzugehen. Gehen wir. Okay. 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 Das Dekoswert gefunden. Nice. Schade, dass wir das nicht ausrüsten können. Das wäre so supergeil. Das ist hier nicht mehr in der Liste drin. Alter Schwede, okay. Ähm, aber... Nee, das bringt nichts. Das ist unnötig. Äh, wir machen mal eine Kapsel. Was? Das haben wir immer noch nicht. Hm. Okay. Dann gehen wir jetzt weiter. Und, ja, wieder zurück. Wieso setzen wir nicht einfach Zauber... Zauberflucht ein. Nice. Hoffentlich treffen wir auf kein Monster. Nein, tun wir nicht. Schön. Schloss Pandoria. Okay, nice. Oh ja, das ist es. In das Dekoswert. Endlich. Du bist wirklich so großartig, wie man sagt. Ohne Selan hätte ich es nicht geschafft. Sie ist wahrlich eine Meisterin des Schwertes. Das stimmt nicht. Den Erfolg verdanken wir Doki und seinen erstaunlichen Fähigkeiten. Auf jeden Fall habt ihr eure Mission hervorragend erfüllt. Im Keller wartet eine Belohnung auf euch. Ich werde dem Wächter Bescheid geben. Ihr könnt euch eure Belohnung jederzeit abholen. Okay, nice. Mein König, etwas Schreckliches ist geschehen. Jemand hat unsere Nachbarstadt Gordewa an dem Erdboden gleichgemacht. Kann das möglich sein? Ich kann auch nichts bestätigen. Doch man sagt, ein einzelner Mann habe Gordewa zerstört. Was? Ein einzelner Mann? Wie kann so etwas sein? Mein König, lass mich herausfinden, was geschehen ist. Aber vielleicht kommt dieser Mann hierher. Ich brauche dich hier. Ich werde unsere drei Soldaten mitnehmen. Der Rest bleibt zum Schutz hier im Schloss. Nein, nein. Das kann ich nicht erlauben. Das ist viel zu gefährlich. Mein König, wenn du es erlaubst, werden wir Selan begleiten. Das wäre hervorragend. Doch ich glaube... Ich... Äh, aber... Doch ich glaube, ich verlange da zu viel von euch. Wir wollten sowieso weiterziehen. Außerdem möchte ich wissen, was in Gordewa los ist. Also gut. Wenn du darauf bestehst. Mein König, wir können doch nicht immer Doki bitten, uns auszuhelfen. Was ist los, Selan? Stehen wir dir im Weg? Nein, das ist es nicht. Es ist nur... Na gut. Ähm, na gut. Dann gibt es ja keine Probleme. Du wolltest doch sowieso alleine gehen, oder? Wie meinst du das? Du weißt, dass dies eine gefährliche Reise wird. Du hast damit gerechnet, nicht wiederzukehren. Ja. Deine Soldaten sind noch nicht so weit. Sie können dich nicht begleiten. Stimmt doch, oder? Ähm... Selan, wie es scheint, hat Doki dich durchschaut. Ich denke, ihr arbeitet ganz gut zusammen. Ja, mein König. Gut gemacht, Doki. Bitte pass gut auf Selan auf. Jawohl, mein König. Nyeh heh heh. Wir sind gemein zu Selan. Ich verstehe dich nicht. Doki, warum riskierst du so viel für ein Land, das nicht deine Heimat ist? Ich möchte herausfinden, wer Gordewa zerstört hat. Mein Schicksal ist es, zu kämpfen. Dein Schicksal? Eine Frau in einer Höhle erzählte mir dies. Ich weiß noch nicht, ob ich ihr Glauben schenken soll. Ich verstehe dich. Ich habe an vielen Schlachten teilgenommen und weiß, was du meinst. Wenn du möchtest, kannst du diesmal die Befehle geben. Nein. Ich möchte, dass du uns wieder anführst. Bist du sicher? Ja. Ich glaube, du hast bei unserer letzten Mission bewiesen, dass du ein guter Befehlshaber bist. Ich möchte wirklich, dass du das Kommando übernimmst. Heißt das, dass du anfängst, mir zu vertrauen? So kann man es sagen. Aber nur ein wenig. Immer noch so hart? Genau. Ich denke, wir sollten nach Gordewa aufbrechen. Gordewa befindet sich westlich von Padoria. Wir müssen durch den kleinen Tempel gehen. Lass uns aber erst unsere Bedeutung holen, die uns der König versprochen hat. Ja man, Seeland schließt sich jetzt. Ich glaube, auf ewig. Uns an. Supergeil, Mann. Okay, ich glaube, wir müssen hier durch. Ja. Oder auch nicht. Oder hier durch. Ja. Tritt ein. Nice. Engelsflügel. Oh mein Gott, Seeland. Du siehst bestimmt super damit aus. Oder geil. Vielleicht auch geil. Schade, kann er nicht tragen. Okay. Tia könnte es auch gut gebrauchen. Aber. Das hat einen Grund, warum ich das Tia nicht gebe. Das ist nämlich. Eher sinnlos. Nicht sinnlos. Okay. Was hatte sie vorher an? Ich weiß es nicht mehr. Oh yeah. Was macht der hier denn? Du gehst also wirklich nach Gordewa. Oh okay. Nichts wichtiges. Mal gucken. Waren wir schon eigentlich im Shop? Ich weiß es nicht mehr. Ähm. Ich weiß es echt nicht mehr. Wir gucken einfach nochmal. Äh. Einmal ins Inn bitte. 50 Goldmünchen in die Nacht. Jo klar. Easy. Dann gehen wir einmal in den Shop. Nice. Schaut euch um. Ja klar. Machen wir. Äh. Machen. 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 Machenkappe. Dann kriegt es halt eine Machenkappe. Kein Magie Shop? Kein Magie Shop? Echt nicht? Gibt es Items? Ja wow. Dein Ernst? Mann. Ja ne hier ist auch nicht drin. Kein Magie Shop. Aber wie behindert es das denn? Äh. Machen. Okay. Okay. Dann. Noch einmal kurz speichern. Dann kann ich den Part auch gleich beenden. Schön. Das ist super. Dann würde ich nämlich jetzt sagen Leute. Wir sehen uns bei. Das. Nächste Mal wieder. Haut. Drei. Na. Hallo meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen auf das. Endcard von. Let's play. Lufia 2. Rise of the Sinistrals. Wenn euch das Video gefallen hat. könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Und dieses Video bewerten. Oben rechts kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part. Und wir sehen uns bei. Das. Nächste Mal wieder. Haut. Da rein. Da rein.